Eigentlich war es ja gerade noch Sommer, aber wenn ihr dieses Video anguckt, dann ist wahrscheinlich schon tiefer Herbst oder es ist sogar schon der erste Schnee gefallen. Bei uns beginnt Weihnachten natürlich deutlich früher, nämlich eigentlich schon, wenn gerade das letzte Weihnachten wieder vorbei ist und wir planen die Produkte fürs neue Jahr. Wenn die Weihnachtsprodukte dann endlich im Sommer oder jetzt im frühen Herbst bei uns ankommen, dann haben die meisten Teammitglieder noch gar nicht gesehen, was wir da eigentlich anbieten, dieses Jahr und genau denen wollen wir sie heute mal vorstellen. Der Adventskalender ist ein Würfel, der fasst auf jeder Seite 40 cm und ihr findet in jedem Fenster ein leckeres My Muesli to go. Im 24. Fenster wartet natürlich außerdem eine kleine Überraschung auf euch. Das Weihnachts- und das Adventsmuesli sind echte Klassiker. Beide sind natürlich mit der leckeren Weihnachtsbasis verfeinert, das heißt mit Zimt, Kardamom und Nelken und riechen schon richtig weihnachtlich, wenn ihr sie aufmacht. Allerdings müsst ihr euch entscheiden, denn im einen, im Adventsmuesli, habt ihr die leckeren Weihnachtsmandeln, im Weihnachtsmuesli habt ihr dafür die Cranberries, die mit weißer Bio-Schokolade überzogen sind. Keine einfache Entscheidung. Weihnachts- und Adventsmuesli könnt ihr außerdem auch in einer Holzbox bestellen, die sich natürlich perfekt zum Verschenken eignet und die auch, wenn die Müslis schon aufgegessen sind, dem Beschenken sicher noch lange Freude machen wird. Und natürlich gibt es auch wieder unsere Weihnachtsgeschenkbox, dieses Jahr in Gold. Enthalten sind ein Müsli, außerdem eine Schüssel und der mein Müsli-Löffel. So, das waren unsere Weihnachtsprodukte für dieses Jahr. Ihr findet sie und noch viele weitere Geschenkideen auch nochmal übersichtlich online zusammengefasst. Die Domain zeigen wir gleich am Ende des Videos. Dort könnt ihr auch unseren Weihnachtskatalog mit ausführlichen Infos zu allen Produkten runterladen. Den gibt es übrigens auch fürs iPad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017